Hallo Leute und willkommen zu Let's Play Minigolf Online mit Kirschi. Ganz genau. Und ich hab mir den Countdown-Ferseits erstellt. Hö, ich mir noch nicht. Ich werd mir wahrscheinlich auch bald einen erstellen. Nein, mach der nicht. Doch, werd ich schon. Halt dein Maul. Halt's fester. Okay. Nee, du schaffst, dann tu ich dir weh. Oh, Mann. Das war knapp. Was ist das denn? Das war... Alles andere ist cool. Oh, Kirschi, hasst mich. Nicht. Ende. Wow, fickt euch. Oh, Mann. Fanus. Fanus ist kein Wort. Es ist mir egal. Du führst. Ja. Alles ja drei Egas online. No, was. Wieso erwähne ich das eigentlich? Immer wer online kommt, sonst geht euch eh allein. Ich hab keine Ahnung, warum du es erwähnst. Vielleicht stehst du auf Sex. Mit den Kontakten aus meinen Listen, wo auch immer. Zum Beispiel. Was ist das? Wie soll man das denn schaffen? Das schafft man nur mit Übung. Oder auch gar nicht. Oder so. Halt dein Maul. Du hast mich gerammt. Du hast mich gerammt, du Hurenbauch. Du hast mich gerammt, du Schere. Ja, hat mir Hitler auch gesagt, den Cosmos ist an die Macht gekommen. Das war fast ein cooler Move. Nö. Ich sag ja fast. Was? Was? Das war ein Fail. Genau wie das. Extreme. Extreme Hard. Okay, ich geh jetzt außenrum. Bah, das ist voll uncool. Wieso soll das uncool sein? Ja, weil... Das ist eine Rolle. Das ist sexy, du Sack. Genau wie ihr älter. Was? Ich hab keine Ahnung, ich wollte irgendwelche Worte sagen, aber ich hab dann mal vergessen, was ich sagen wollte. Bah. Halt dein Maul. Halsfest, hallo. Kischheder, Schläger. Ich schlag Leute. Er hat schon wieder ein Neger geschlagen, einfach grundlos. Das war nicht grundlos, er stand mir im Weg rum. Das schlägt man aber eh nicht. Doch. Nö. Doch. Neger schon. Neger, Schläger. Lass mich. Wieso schaff ich das nicht? Weil ich jetzt schon beim Loch bin. Egal. Huhuhu, eingelocht. Richtig tief rein. Halt dein Maul. Lalalala. Freddy, der Minigolf-Spieler. Ich hasse Minigolf. Ende. Sinnloser Müll. Das sind wir. Ende. Was ist das passiert? Pound. Achja. Was zur Schere machst du da? Ich versteh das nicht, wie soll das gehen? Keine Ahnung. Was war das jetzt? Lack. Analsex. Mit? Keine Ahnung, du mit Christian? Müssen wir eigentlich in den Teleporter rein oder so? Ich hab keine Ahnung, was wir müssen. Vielleicht müssen wir müssen müssen. Mein Gott. Vielleicht schlägst du noten, bis du nicht mehr gerade gucken und... Hey, ich führe. Ja, ich weiß. Ich führe das deutsche Volk erneut. Wieso führe ich das? Halt dein Maul. Ich gewinne in letzter Zeit immer einen Minigolf. Ja, weil ich mir auch nie Mühe gebe. Ich gebe dir Mühe. Die ersten zwei Spiele hast du gewonnen, danach hab immer ich gewonnen, oder? Ja. Ich komme mir irgendwie ins Imbaness vor. Was hat das jetzt gebracht? Sex. Oh. Sexy. Was zur Hölle? Boom. Ah. Scheiße. Tja, wie soll das bitte gehen? Slash Hack. Was zur Hölle muss man hier machen? Noten schlagen, bis sie auf den Arsch gucken. Auf den Arsch? Wow, jeez, was war das? Keine Ahnung. Ich hab gehackt. Hihihi, ich hab gehackt. nehm. Fuck you. DonÄu. Ahch, nöööööööööåö. Schunächst geh not reiin. Haah. Haah. ja, du hast mir gerade geholfen, dass ich da reintreffe mach dein Maul ich guck auf, 3 Hollow One Maps, über 50 Schläge ich glaub, da läuft irgendwas falsch du hast mir geholfen, meinen roten Ball in das Loch hineinzugeben hey, die Map hatte ich schon mal ich nicht, doch, hatten wir schon nein, wir hatten so ein ähnliches wir hätten das auch in diesen komischen Mittelteil da Nahl 6 6 das war fast synchron nein nein hohoho wow, ich führe trotzdem noch mit 18 Schlägen die hat die auch schon hatten wir die nicht gestern? ich hab keine Ahnung, ich glaube schon ja, das war gestern unsere erste Map doch, nein, doch ich hab keine Ahnung boah, ey, fick dich ich hab keine Ahnung echt? ja oh, sexy als Kirschi ist Sex mit seinem ich weiß nicht was ich sagen wollte umso besser mit seinem fängt er mich schon mal ungesund an ich hab mit seinem Nähr gesagt ach so mit seiner und dann hab ich vergessen was ich sagen wollte ja also ich weiß es ja ich glaub Tastatur oder so bah, haha, ist das ekelhaft oder mit seinem G-Station 3 Controller bah weil du die Wixbox hast du bist echt so ein Arschloch, weißt du das? was? du bist so ein Arschloch wie so? bin ich grad da draußen und du kickst mich wieder rein tja das ist wie, 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 als würde meine Mutter sich gezittert das ist so wie das hier nur, dass ihr uns beiden geholfen habt damit Tatsache komm, geh, oh du, den hättest du noch reinmachen können komm, 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 wieso hilft er mir nicht? weil ich dich nicht mag jetzt, was soll das? fick deinen Ball endlich rein weh mit deinem verfickten Ball aus meinen Augen das ist ekelhaft, wenn mir dein Sack in die Fresse hängt du widerwärtigen lord hallo ich hab morgen informatiert wie Picard darauf freu ich mich schon die ganze Zeit du freust dich aber auch auf Sex nee, ich freu mich auch auf Sex, deshalb war das jetzt grad extrem unpassend und deine Mutter ist unpassend ich weiß, dass sie das ist und zwar huuuu nö, Skill call it Skill call it Dick dich? nein Dick im Sinne von Penis ach so, ja stimmt, den Dick gibt's ja auch noch nö ich hab einen du kriegst ja nicht, denn du bist zu fett dafür genau wie viel hast du? was? wie viele Dicks hast du? einen na das ist ja wenigstens schon mal gut, bis du kein Tschernobyl kennst nicht so wie christian dieses fette Schwein in der Tat haha halt dein Maul hehehe, ich hab eingeloggt und ich führe dafür hat meins mehr Style nö halt dein Maul lalalala lalalala oi, jetzt bring den scheiß Ball endlich rein, ey komm rein fail fail du musst vorsichtiger vorgehen seine Mutter geht vorsichtig vor das ist viel zu hart ja, der Mann ist Kirschner am Sex nicht vorsichtig vorgegangen denn seine Freundin ist jetzt vielleicht schwanger wie oft wirst du das eigentlich erwähnen? ja, das hab ich jetzt einmal gesagt, Gerd du hast es im vorigen LP auch gesagt äh, nein, das wüsste ich hm? was zum ist das? das ist ne Explosion von Orgasmen oh ich hab's auch nicht Pantimimi Pant-Anal-Sex meine Mutter hat Anal-Sex Bah das wollte ich gar nicht wissen, was sie mit dir treibt dein Maul ja, und mich tötet sich dabei ja noch klar und? Kirschner am Sex oh Ende na, da gehst du doch kannst du doch etwas vorgehen sogar und so ich dachte, die waren für auch durchgänglich durchgänglich guten Deutsch hast dein Maul nein, ich scher dir jetzt gleich eine oh oh Kampfernsorge meine Mutter hat sich nicht selbst gefickt stimmt, wenn sie sich selbst gefickt hätte, wäre ich jetzt nicht auf der Welt doch bah ich bin ein Kind von meiner Mutter und meiner Mutter bah, du widerwärtigen das das wahr ist das ekelhaft hehehe ich bin gekommen also, nein, ich meine, ich bin HALTER ich bin in das Loch reingekommen jetzt dunkle schwarze Loch bin ich reingekommen ne, ein Arsch ich bin von Up and Westen Christian bah, da kommt ich dachte, dass er hat nur einer Zugang hey, du hast sie schon mal ich nicht du musst in das Blaue rein ich bin nur im Gelben drin und what the fuck du bist hä? danke, alter nein, ich will es ver- oh, fick mein Arsch oh, ach ich hasse es ich hasse es oh, du komm doch nicht wahr sein ich danke dir dafür ich hab mindestens schon 15 Mal gesagt HALTER DEIN MAUL ja, das ist mein Arsch du wirst mein Maul nicht zum schweigen bringen können denn ich habe einen Mund und der Rede HALTER DEIN MAUL nö das hier ist ein Let's Play ich werd mein Maul nicht halten doch, komm, HALTER DEIN MAUL lass mal ein Walkthrough durch das Spiel machen nö Hallo und willkommen fuck, gefailt, neue Aufnahme fail, ähm, ja Handy Map hatte ich noch nie ich auch noch nie hey jetzt, das Loch da oben ist ein Fake ich geh trotzdem hin echt? ja hm ja doch nicht du schaffst das aber was? soll ich gleich nochmal schaffen? da oben in das Loch rein in das obere Loch also ich finde das unsere attraktiver nein ich Arnusboy komm, versuch es da rein zu kommen oder du hast keinen Skill ja, das musst du grad sagen du gehst grad ins andere Loch ja und? also ich geh lieber ins untere Loch als ins obere aber du bist doch grad auf dem Weg ins untere obere hm, sieht das so aus? ja nein oh halt dein Maul ich flieg gleich in die Luft und zwar in deiner Nähe und dann bist du denk boom Tottene Kirschi was killed by huge explosion Kirschi killed Freddy by huge explosion fuck Desmond, der G-Mod was zur Schere Ende ich führe immer noch mit 27 Punkten lass mich in Ruhe mmmm komm Office ich mach's alte subjected und dann weine ich nicht imernst nah gut på halt ich hab niemand может an deinem Maul zu sagen dann halt auf dein Maul dann musst du das nicht mehr maln warte ahor ich hö're hör auf türkisch zu reden Ich kann doch heute türkisch runnen, oder? Runnen. Fuck. Die, 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 fällt beim türkisch reden. Ende. Das ist so wie in dem einen Pokémon-Part, als ich nicht mal die Lust hatte, irgendwas vorzulesen. Tja. Das ist natürlich ungut. Mein Gott. Ich hasse das Spiel. Ich liebe es. Anal. Bah. Let's play erstmal mit irgendeinem anderen Let's Play. Ich hasse das Spiel. Wieso hasst du es? Es ist toll scheiße, es hasst mich. Du hast doch die ersten zwei Let's Plays gewonnen. Wieso greifst du nicht auf diese Skill? Siehst du? Du hast gerade auf diese Skill zurückgegriffen. Ja. Kirsch, you got pounded by the law. Bah. Freddy, you got pounded by Kirschi. Kirsch got pounded by Flygen Toilet. Was zur... Wenn man ein Game hat von so einem... Ich hab gewonnen. Was ist das schon fertig? Naja Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen, obwohl ich mal wieder total scheiße bin und Kirschi einfach nur cheatet und so ein Dreiß... 30 Schläge bin ich besser und... Aua. 87 Schläge insgesamt. Schade, keine 88 Schläge. Kirschi, der Fehler. Ja. Willst du gerade sagen? Ja. Ende. Sonst traut sich ja die... Hey, Lo. Äh, lol. Hey, Lo. Was? Mein Gott. Ein brutal schlechter Wortwitz. Hey, Lo. Der ist so low, dass er schon schlecht ist. Der ist so schlecht, dass er wieder gut ist und wieder schlecht und dann wieder gut und dann wieder schlecht. Ich glaube, ich weine jetzt. Viel Spaß dabei. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Okay, 3. Oh mein Gott. Oh Gott. Ja, das ist genial. Oh, organisativ. Naja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Kirschi ist mal wieder der Hacker und hat gewonnen und bla bla bla. Tschüss. 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 Aufnahme beendet.